So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Unboxing Video und zwar eigentlich schon zwei Tage früher. Ich habe diese Box schon aus meinem Laden schon ein bisschen früher bekommen und zwar die Warhammer Underworld Shades Buyer Box. Das neue kleine Brettspiel von denen. Sehr umfangreich und klein und dann sogar noch für diesen passiblen Preis und zwar von 50 Euro. Richtig, richtig nice, finde ich richtig klasse von denen und sie haben auch ein bisschen mitgedacht. Ich zeige euch das aber gleich, was ich damit meine. An sich gibt es nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ich habe halt die Box früher schon bekommen, daher zeige ich sie euch auch jetzt als erstes direkt einmal. Leider nicht donnerstags, das war mir zu spät abends das Ganze, aber jetzt am Freitag schnell abends, dachte ich, finde ich bestimmt die Zeit für euch, um sie euch einfach schon mal vorher zu zeigen, bevor ihr da im Laden nicht wisst, soll ich holen, soll ich nicht holen. Ich weiß ja gar nicht, wie sie aussieht und nun habt ihr die Chance, das zu sehen. So, von außen haben wir hier, sieht das sehr, sehr schön aus. Es ist ein Hartkarton, nicht so ein Plastik-Scheiß, es ist wirklich hier so ein richtig harter, stabiler Karton. An der Seite das Logo, an der anderen Seite auch nochmal der Held und hier hinten sieht man schon das Spiel. Es wird einmal gezeigt, dass das die Miniaturen Originalgröße schon dort haben und dass sie halt noch nicht bemalt oder zusammengeklebt sind, dass man das auch noch machen muss, weil viele denken sich so, ach, das sieht ja interessant aus, kaufe ich es einfach mal, das Spiel und dann sehen sie zu Hause, oh, ich muss die ja noch bemalen, die sehen ja gar nicht so aus. Das haben sie extra wahrscheinlich jetzt mal erwähnt, damit nicht Leute auf die Idee kommen oder sagen, da stimmt ja was nicht. So, was haben wir hier? Wir haben hier den Inhalt einmal beschrieben, aber den gehen wir ja gleich ganz genau durch. Wir haben hier gezeigt, es ist für zwei Spieler, 30 Minuten dauert so eine Runde. Wenn man erstmal die 8 Stunden Spielanleitung gelesen hat, dann sind es nur noch 30 Minuten für einen Spieler ab 12 Jahre, Made in the UK. Klar, da kommt das Spiel ja immer her. Hier so ein paar kleine Ausschnitte, es ist so ein Kartenspiel mit, also im Grunde ist es ein Kartenspiel mit vier Figuren oder also mit einer Einheit, die man halt spielt. Und nun gehen wir mal, machen wir mal den Deckel für euch auf. So, ein bisschen kompliziert irgendwie das Ganze. Hier zeige ich euch aber an der Seite noch etwas, denn sie haben direkt mal gezeigt, hier gibt es noch die Erweiterungen. Falls ihr lieber mit Iron Jaws spielt anstatt mit Stormcast oder Chaos, haben wir hier noch die Iron Jaws und zwar haben wir hier vier Helden auf der Seite. Und wenn ihr aber auch gerne noch die Untoten spielen würdet, hätten wir noch die Grabwache. Ihr seht, das sind nochmal sechs, zwei, vier, sechs, sieben, nee, zwei, vier, doch sieben Figuren. Auch sehr schön detailliert gemacht. Hier hinten steht nur nochmal, jedes Pack hat einen Kriegsschar und halt 60 verschiedene Spielkarten. Das heißt, ihr habt hier euren kleinen Trupp und halt noch einen ganzen Haufen Spielkarten, damit ihr dann überhaupt spielen könnt. So, wir haben hier jetzt das Regelbuch, 32 Seiten Regelbuch. Es gibt aber auch eine Schnellstartanleitung für das Kurze und Knappe, das Ganze. Wir haben hier das Referenzbuch, falls ihr mal nicht versteht, was der ein oder andere Satz bedeuten soll, geschweige denn oder das Wort auch selbst. Dann haben wir hier, wie gesagt, ich gehe jetzt mal von hinten nach vorne durch, einfach mal. Ist ja auch völlig egal. Wir haben hier sehr detailliert und auch schön in Farbe. Dickes Papier haben wir hier auch außerdem. Für die Spieleanleitung finde ich sehr, sehr gut gemacht. Selbst habe ich es auch noch nicht gespielt, werde ich aber noch demnächst mal in Angriff nehmen. Und von daher, also es sollte sehr, sehr cool sein. So kleine, schnelle Runden, weil die meisten Warhammer-Spiele, sage ich mal, die Brettspiele sind ja doch, ehrlich gesagt, so für anderthalb Stunden aufgelegt, aufwärts. Und das soll innerhalb von einer halben Stunde kurz und knapp immer fertig sein. Ja, wir haben hier jetzt nochmal die ganzen Marker und Token, die dabei sind, die dann noch erklärt werden. Wir haben hier einmal in rot gehalten, die Chaos-Fraktion mit fünf Helden und einmal die Stormcast in blau gehalten für, das sind ein Dreier-Teamchen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen die Legende von den einzelnen Fraktionen. Das heißt, es werden definitiv noch, schätze ich mal, die Zwerge und die Skaven kommen, denn wir haben die Untoten und die Iondros haben wir schon und hier unten haben wir ja Chaos und Stormcast. Also die zwei Fraktionen werden auf jeden Fall noch kommen. Dann haben wir hier die Schnellstart-Anleitung und zwar für das schnelle Spiel, ohne dass ihr euch viel groß mit Regeln befassen müsst. Einfach, dass ihr schon mal losspielen könnt. Ich bin mal gespannt, wie gut die funktionieren wird später. Meistens nicht, aber ist ja egal. Dann haben wir hier auf einem kleinen Pappkarton, haben wir hier die Bauanleitung für einmal hier auf der Seite die Chaos. Also es sind Leichtbauteile, das bedeutet, dass die Teile nur aus zwei oder drei Teilen meistens besteht. Dann ist die Figur fertig. Ansonsten hätten die ja meistens die Arme eins und die Beine eins und Körper, Kopf und so. Aber hier ist schon das meiste zusammen, damit du nicht mehr viel bauen musst. Ihr seht das ja selbst oben beim Helden. Insgesamt hat der gerade mal zwei, ne drei Teile hat er sogar. Meistens haben sie immer nur zwei bis drei Teile, damit das schneller geht. Dann haben wir als nächstes hier einmal jetzt unser ganzes Päckchen. Quasi sind hier die ganzen Token drin, geschweige denn auch unsere Map und die machen wir jetzt mal ganz kurz auf. Aber das mache ich mal nebenbei so, weil das funktioniert nicht immer so. Sehr dicke Pappe, sehr ordentliches Material auf jeden Fall schon. Finde ich sehr gut. Von beiden Seiten auch schön bedruckt. Seht ihr. So, das ist Numero Uno. Hier haben wir dasselbe nochmal in grün. Ihr seht auf der anderen Seite immer ein paar andere Symbole. Ja. Dann haben wir noch eine Packung davon. Also drei Stück. So. Und dann haben wir das Spielfeld selber. Es sind glaube ich zwei Spielfelder gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ihr seht hier haben wir einmal so eine Ruine. So. Und einmal auf der anderen Seite so ein, so ein, ja wie nennt man das. Da könnte man, da sind sehr viele Grabsteine zu sehen. Könnte so eine Gruft sein. Ja. Wo dann die Untoten rauskamen. Also es ist so ein Gruftfeld. So. Und dann haben wir natürlich das Ganze noch einmal. Und zwar noch mal zwei verschiedene, denke ich. Ja. Ihr seht einmal so ein kleiner Untergrundtempel. Ja. Hier haben wir so einen Tisch gehabt. Oder so eine Statue. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite. Haben wir nochmal. Ihr seht hier ganz schön. Ist diese Statue zerbrochen. Und ja. Die Felder sehen sehr gut aus. Sehr ordentliches Material auf jeden Fall. Ist sehr stabil. Und das gefällt mir schon mal sehr sehr gut. Dass das alles hochwertig ist. Dann kommen wir zu den Figuren. Die fühlen sich definitiv nicht hochwertig an. Aber ich denke es liegt. Ich weiß nicht ob es jetzt wirklich daran liegt. Dass das einfach nur rot ist. Dass man das einfach denkt. Oder fühlt. Oder so. Aber sie sehen trotzdem sonst sehr sehr schön aus. Detailliert natürlich das GW Standard. Äh. Qualität auf jeden Fall. Ist es gegeben. Bei dem. Bei der ganzen Box. Das ist schon mal sehr schön. Allein schon die Bases finde ich richtig geil. Da braucht man nicht mehr selbst viel viel rum basteln. Man hat einfach schon vorgefertigt so eine Landschaft immer drauf. Und das finde ich sehr cool. Bei den Chaos zum Beispiel haben wir jetzt hier so einen aufgerissenen Boden mit ein paar Totenschädeln. Und ich denke mal das soll ein bisschen Dreck oder Schutt immer darstellen. Ähm. Sehr sehr schön auf jeden Fall. Sehr cool. Und dann haben wir natürlich noch die Stormcast. Und die haben auch eine sehr geile Base. So eine ruinenartige Base. Ja. Da ist dann sogar noch hier so ein Riesenkopf zum Beispiel auch noch mit dabei. Auf der Base hier zum Beispiel. Das ist bei dem Anführer der Fall. Die Figuren selbst auch. Sehr geil. Aber die sind auch riesig. Ich finde die sehr sehr groß. Und was ich cool finde. Das erste Mal jetzt auch in einem Brettspiel mit dabei. Eine. Eine. Ne 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 ne. Hier. Eine Frau. Man sieht das am Brustpanzer. Das ist eine Frau. Sehr cool. Eine Frau begleitet die zwei Männer. Sehr schön. Wir haben hier ein Päckchen mit Würfeln. Ohne Zahlen. Einfach nur mit ein paar Symbolen drauf. Die dann immer was ansagen. Und was haben wir dann noch. Wir haben hier noch ein Kartenpäckchen. Und das machen wir jetzt auch. Was ich sehr cool finde. Wir haben insgesamt drei Kartenpäckchen. Wir haben einmal ein Kartenpäckchen halt mit 60 Karten für die Liberators. Also sprich für die Stormcast. Und wir haben halt ein Kartenpäckchen auf jeden Fall auch noch für die Bloodravers. Sprich für die Chaos Truppe. Und ein Kartenpäckchen mit 60 Karten. Einfach nur mit extra Karten. Das heißt jeder muss immer sein Kartenpäckchen haben. Und was ich sehr schön finde. Sie haben direkt ein paar Tütchen dazu gelegt. Damit du deine Karten da reinlegen kannst. Natürlich gibt es auch später zu kaufen ein paar Hüllen. Ja. So als wenn ihr früher noch Pokémon oder Yu-Gi-Oh! gespielt habt. Gibt es auch noch zu kaufen. Und dann kann man hier sehr schön die Figuren auch reinstellen. Und das finde ich einfach sehr toll. Dass wir da einfach mal mitgedacht haben. Und nicht dass man wieder mit zwei Sachen durch die Gegend rennt. So jetzt machen wir nochmal so ein Kartenspiel hier auf. Ich hoffe ich krieg das jetzt hier mal. Ich hasse das nämlich wenn die nicht aufgehen. Die gehen echt. Ich hasse das. Das ist Hammer. Da muss man mit Gewalt ran. Gut. Mit meiner Gewalt. Hier geht grad gar nichts. So jetzt haben wir es auf. Mein Gott. Das musste ich extra noch mal weggehen. So die Karten. So von hinten. Alle. Ah ne 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 da nicht dasselbe Symbol. Wir haben hier solche Symbole. Und Stormcars Symbole. So. Hier haben wir die Karten. Hier ist dann immer der Held drauf. So sieht so eine Einheitenkarte aus. Sehr cool. Auch welche Figur dann gemeint ist quasi. Ihr seht die drei Heldenkarten sind es. Ah. Von beiden Seiten. Im Goldeimer und einmal in so einem Grauton. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Spielkarten die man dann ausrüsten. Das sind so Ausrüstungskarten schätze ich mal. Das Ganze. Und so sieht dann so ein Deck aus. Sehr sehr cool gemacht. Auf jeden Fall gefällt mir. Richtig richtig gut. Und das Ganze haben wir natürlich auch noch bei der anderen Fraktion. Die muss ich auch mal kurz aufmachen. Ja. Deswegen Leute. Mache ich das alles immer im Vorfeld. Weil man sowas immer tierisch auf den Sack geht. So. Jetzt haben wir das. Da haben wir nochmal schön den Barcode Scanner. Das finde ich richtig geil. Wofür? Ach. Hier. Guck mal. Die Karte sieht ja von so aus. Also das ist eine Karte wahrscheinlich nur damit ihr wisst, dass es das Deck ist. Sehr cool. Sehr schönes Emblem. Motiv. Wie auch immer. So. Wir haben hier unsere Einheiten wieder. Die haben auch wieder auf der anderen Seite Gold halt. Und Grau. Und dann haben wir hier auch wieder die ganzen Ausrüstungskarten davon. So. So sehen auf jeden Fall die ganzen anderen Karten aus. So. Dann haben wir jetzt noch das letzte Päckchen. Und mehr ist dann auch nicht in der Box. Aber wenn ich denke, für 50 Euro ist das völlig in Ordnung. Da kann man echt nicht klagen. Denke ich mal. So. Hier haben wir auch dasselbe Bild wieder. Und ich schätze mal, das sind einfach Karten. Die sind für beide. Oder generell damit das Spiel einfach gespielt werden kann. Ich habe mich da wie gesagt noch nicht durchgefuchst. Werde ich irgendwann die kommenden Tage vielleicht mal machen. Falls Fragen bestehen, einfach in die Comments. Wie ihr wisst, wie immer. Und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. So. Das ist auf jeden Fall das ganze Spiel. Ich finde, da ist genug drinne für 50 Euro. Und wie gesagt, die Hüllen kosten 6,50 Euro jeweils. Und das, ähm, die Erweiterungspacks. Ich glaube, da waren noch keine Preise draußen. Aber ich schätze mal, so bei 15 bis 20 Euro werden diese Erweiterungspacks liegen. Schätzungsweise. Ja. Doch. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist so ein Preis. Weil da sind 60 Karten bei. Da sind immer die Einheiten drinne. Ich schätze doch so, um den Preis wird es handeln. Auf jeden Fall ein sehr cooles neues Spiel. Mal sehen, wann ich es irgendwann wieder spielen werde. Das kommt dann wieder in meine Sammlung fürs Erste. Wie immer. Und irgendwann werde ich es dann auch mal bespielen. Oder ihr werdet vielleicht sogar miterleben, wenn ich die Figuren natürlich in einem Video bemale. Das kann natürlich auch noch passieren. Tja, Leute. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Und viel Spaß beim Selberspielen. Nehmen auch nicht an das eine so von Weihila Europeanin. Wir laufen jetzt ein paar Put race.